Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück hier beim Pro Cycling Manager 2014. Ich habe euch jetzt tatsächlich mal auf Facebook gefragt, ob es okay ist, wenn wir die Norwegen-Rundfahrt simulieren. Eure Antwort war größtenteils ja, von daher machen wir es einfach mal. Zumal wir da wahrscheinlich eh nicht unbedingt Siegchancen hätten. Wir werden die Bayern-Rundfahrt fahren, das habe ich euch versprochen, dem wird auch so sein. Ich gucke mal kurz auf meine Planung. Wir haben gesagt, Konovalovas wird der Kapitän sein für Norwegen. Und Herr Reguigui, der Sprinter, da haben wir ihn auch schon, Reguigui. Und wirklich Reguigui, wollen wir ihn nicht mit zu Bayern nehmen. Nehmen wir mal mit zu Bayern. Konovalovas, Konovalovas, wo ist er denn? Hier, Konovalovas. Dann, wer sollte noch teilnehmen? Venta und Van Zyl habe ich wieder aufgeschrieben. Warum, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Das ist schon ein paar Tage her. So, Stauf könnte mitfahren. So ein ganzes Gym könnte mitfahren. Ich gucke mal so ein bisschen nach der Saison. Wer hat denn wenig Renntage? Orientieren wir uns noch daran. Gym hat noch nicht viele. Russom hat noch nicht viele. Augustin ebenfalls nicht. Ja, und auch die hier haben echt wenig Renntage. Muss man einfach so sagen. Ja, dann fahrt die mal so, wie es ist. Erste Etappe. Wahrscheinlich werden die Alexander Christoph gewinnen. Natürlich. So gehört es jetzt auch bei der Norwegen-Rundfahrt. Der Lokalmatador. Mal gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Zweite Etappe. Wir werden das Ganze simulieren. Ich weiß nicht, ob das hier eine eigene Folge wird. Oder ob wir die Folge von der Bayern-Rundfahrt noch reinpacken. Und dann dementsprechend den Anfang rausschneiden. Das kann ich jetzt alles noch nicht sagen. Das muss ich erst im Nachhinein, wenn ich dann die Folgen schneide, entscheiden. So, Christoph gewinnt auch die zweite Etappe. So, wir sehen, hätten wir da auch mit Regul-Böber-Strechweg Spaß gehabt. Muss man einfach so sagen. Chiolek ist nicht in Bestform. Ja, der muss aber jetzt auch noch keine Rennen fahren. Sein nächstes Rennen wird wahrscheinlich erst die Deutsche Meisterschaft sein. Bis dahin lassen wir ihn mal pausieren. Das haben wir ja so abgemacht. Weiß nicht, vielleicht fährt er im Juni ein Rennen. Vielleicht die Slowenien-Rundfahrt. Das wäre das einzige Rennen, das in Frage kommt. Ansonsten vor allem nur die Tour de la Mayenne. Dort soll längst nicht am Start stehen. So, Christoph räumt hier kräftig ab. Dritte Etappensiege im dritten Rennen. Nicht schlecht. So, Chiolek scheint wieder gesund zu sein. Die Nachricht kommt nämlich immer dann, wenn der Fahrer wieder regeneriert ist. So, jetzt die hügelige Etappe. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was Konovalovas und Fanny Kerk erreichen. Natürlich Konovalovas der Kapitän. Keine Frage. Schnelle Simulation. Bin ich mal gespannt. In Form ist er ja nicht wirklich. Muss man ehrlicherweise sagen. Leopold König gewinnt. Hey! Siebter geworden. In einer, in der zweiten Gruppe angekommen. Nicht übel. Wignatas Konovalovas. Hätte ich nicht gedacht. Vor allen Dingen, weil ich ja vorher noch die Mail bekommen habe, dass Moreno und Gerwins mitfahren unter anderem. Die sind ja im Hügel schon eine ganz andere Hausnummer. So, eine Etappe gibt es noch. Die ist flach. Wahrscheinlich wieder was für den Herren Christoph. Wir werden es sehen. Und dann geht es gleich zur Bayern-Tour. Im Übrigen weiß ich noch nicht, wie das da mit dem weiteren Rennen aussieht. Ein paar werden wir fahren. Ein paar nicht. Also Slowenien-Unfahrt wollte ich eigentlich schon fahren. Hui! Wer ist denn das? Floris Gesinnen. Ah ja, das ist das Geschäft der Drapack-Mannschaft. Hat hier also Christoph im Sprint den Sieg streitig gemacht. Konovalovas wird neunter der Norwegen-Rundfahrt. Oh, der sieht auch gut aus. Guter Sprinter. Leider hat er einen Vertrag fürs nächste Jahr. Was ich ja auch mal gucken wollte. Das Turco-Team fährt hier nicht zufällig mit, ne? Wir müssen noch ganz kurz das... Ich möchte noch ganz kurz das gucken. Das Turco-Team. Weil wir es ja... Das ist mir letztens bekommen, als ich es mit Konrad... Hatten wir es ja von Ahmet Orkun. Irken hieß er ja in echt. Hat leider auch einen Vertrag. Also ihr seht, der ist erst 21, aber hat schon im Sprint und in der Beschleunigung 73. Also ein durchaus großes Talent. Wäre eigentlich wirklich jemand gewesen, den ich mir gerne mal ins Team geholt hätte. Aber da er einen Vertrag hat, schade. Wird das nix. So, Preisgeld haben wir bekommen. 700 Euro. Immerhin fürs nix tun belohnt. Das ist doch auch nett. So, wir gucken mal in der Talentsuche. Da gucken wir nämlich sehr selten rein. Hier habe ich ein paar Fahrer beobachtet. Zeitfahrer ist das. Okay, da haben wir noch keine Werte, die uns Auskunft geben. Und das hier ist ein Sprinter. Da haben wir auch noch keine Werte, die uns Auskunft geben. Aber beide werden schon gesponsort. Der eine von Team Stülting, der andere von Vorarlberg. Okay, alles klar. Weil ich auch mal gucken wollte. Ich glaube, das haben wir schon mal geguckt. Manzebo, der hat einen Vertrag, ne? War doch so. Manzebo hat einen Vertrag. Schade, schade, schade. Gut, das wäre aber auch kein wirklich sinnvoller Transfer gewesen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Der ist mittlerweile schon in die Jahre gekommen. Nicht mehr so stark, wie er früher mal war. So, und jetzt geht es also los. Wildcard. Kandidatenteams. Für San Sebastian, da haben wir eine Wildcard angefordert. Für Tour de Polonia, da wollten wir nicht fahren. Also Polenrundfahrt müssen wir nicht mitfahren. Werden wir auch nicht. Und MTN Kubeka hat sich auch für die Vuelta als Spanier beworben. Die anderen Teams sind Bradiani, CSF, Kofidis, IAM, Topsport Flandern, United Healthcare und 1T Group. Also da müssen wir doch eigentlich eine Chance haben. Kunigo wäre auch einer, den ich unglaublich gerne im Team gesehen hätte. Leider auch er noch mit einem Vertrag ausgestattet. Damiano Kunigo, das wäre ein guter Transfer geworden. Er ist ein starker Fahrer. Auch wenn er nicht mehr so gut ist wie früher, hat immer ein Giro D'Italia gewonnen. Vor genau zehn Jahren im Spiel. Das ist leider schon ewig her. Und er konnte auch nicht mehr so stark fahren, zumindest nicht bei Rundfahrten. So, Bayern-Rundfahrt. Es geht los. Gerdemann wird dabei sein. Wir nehmen auch Regulgul mit, wie schon gesagt. Wen habe ich mir dann noch aufgeschrieben? Wesemann, so aus irgendwelchen Gründen auch mitfahren. Wo ist der denn? Wesemann, hallo. Sehe ich gerade nicht. Gut, nehmen wir mal Benita, weiß ich nicht. Gucken wir mal nach Saison. Jonschiti hat wenig Rennen. Thompson hat wenig Rennen. Die beiden hat wenig Rennen. Grimmel hat wenig Rennen. Grimmel ist doch okay, dass der mitfährt, oder? Ja, super. Der fängt jetzt gerade seine Saison erst an. Ist doch geil. So, erste Etappe flach. Das heißt natürlich, Regulgul wird der Sprinter sein. Wir sehen uns vermutlich nach dem Ladwildschirm. Von daher sage ich mal, bis zur nächsten Folge eventuell oder eben bis gleich. Tschüss. So, meine lieben Leute. Herzlich willkommen zur Bayern-Rundfahrt. Erste Etappe. Wir fahren von Pfaffenhofen nach Mühldorf. Über 194 Kilometer. Endlich mal wieder. Endlich mal wieder. Aussprechbare Namen. Beim Pro Cycling Manager hier. John Di Augustin ist mit dabei. Gerdemann haben wir hier. Das ist natürlich unser Kapitän für dieses Rennen. Und Yusuf Regulgul. Unser Top Sprinter wird heute mal versuchen, auf den Sieg zu gehen. Wir können hier mal ganz kurz, während des Rennen jetzt so langsam startet. Hier gibt es die ersten Attacken. Neon City braucht nicht mitgehen. Wobei, doch, erster Tag, da gehe ich ja immer gerne hinterher, habe ich gesagt. Ah, Liz ist hier noch mit dabei. Den habe ich mir mal beim Pro Cycling Manager 2015 geholt. Wir können hier mal ganz kurz auf die Startliste eingehen. Mit dabei. Sage und schreibe. Man hätte jetzt nicht gedacht. Richie Port. Und auch Bradley Wiggins. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum, dass die hier mitfahren. Damit schwinden unsere Chancen, hier zu gewinnen. Natürlich schon mal. Dann. Das ist wirklich. Peter Kerniak ebenfalls mit dabei. Der ist wenigstens im Zeitplan nicht so unverschämt gut. Und Sylvain Chavanel ebenfalls mit dabei. Rentle. Ja gut, er ist nicht so stark. Roger Kluge. Auch mit am Start. Leonardo Ducke im Sprint natürlich gefährlich. Dann. Ähm. Rabottini. Okay. Warum nicht? Van Stein. Auch ein guter Sprinter. Genauso wie Van Bilsen. Dann Mendez. Oder Mendez. Aus der NetApp-Mannschaft. Paul Voss fährt ebenfalls mit. Da, da, da. Natürlich unsere Mannschaft. Robert Förster. Ebenfalls mit am Start aus der United Healthcare Mannschaft. Vielleicht kennen ihn einige noch. Aus seiner Zeit bei Gerolsteiner. Damals ein sehr guter Sprinter gewesen. Auch mal eine Etappe beim Giro gewonnen. Jetzt allerdings nicht mehr ganz so stark. Im Gegenteil. Stefan Schäfer fährt mit. Silvio Herklotz. Der Kapitän der Stölting-Mannschaft. Die Handiterin. Auch kein schlechter Fahrer. Ja. Das war es auch erstmal hier. Und das ist natürlich nicht von NetApp, sondern von der Mannschaft Stölting. Talentierter Sprinter. Die wird jetzt ganz schön als Tempo hochgemacht. Von Columbia und von der Mannschaft LKT Brandenburg. Klar, man muss aufpassen. Das Feld ist nur 81 Fahrer groß. Das ist wirklich sehr überschaubar. Und es erinnert vor allen Dingen ein bisschen an die Malaysia-Rundfahrt. Ihr erinnert euch mit Sicherheit. Dort konnte Tekle Haimannot ja auch angreifen. Und einen riesigen Vorsprung mit ins Ziel retten. Der ihm dann einen Top-10-Platz nimmt, der er beschert hat bei der ganzen Rundfahrt. Und die war ja immer in Berge. Die Bayern-Rundfahrt ist es ja eher nicht. Hier gibt es zwar ein Zeitfahren und eine hügelige Etappe. Oder zwei hügelige, ich weiß gar nicht. Aber richtig bergig wird es hier ja nicht. Mal gucken, was wir mit Gerdemann leisten können. Natürlich Ritchie Port, Wendell Wiggins, Sylvain Chavanel. Das sind extrem starke Fahrer. Robert Förster ist gestürzt. Wurde hier gerade mitgeteilt. Hier ist er. Robert Förster zurückgefallen. Und auch Roger Kluger hat sich da gelegt. Also für die beiden sieht das jetzt gar nicht so gut aus. Aber sie können bestimmt wieder zum Feld den Anschluss finden. Da bin ich mir mal recht sicher. Die Ausreißer. Vier Stück sind es. Zum einen natürlich Lukas Liss. Dann haben wir Hegivari. Hegivari wahrscheinlich aus Ungarn. Balini. Ich glaube, er ist Balini im echten Leben. Und zuletzt natürlich Ganola aus der Bardiani-Mannschaft. Das sind also die vier Ausreißer heute. Boah, ich muss niesen, einen Moment. Hoffentlich habe ich das rausgeschnitten. So, und wir fahren noch 138 Kilometer. Boah, ich habe mir gestern... Ah ja, Förster und Co. übrigens wieder im Feld. Also wir haben keinen Fahrer mehr, der hinter dem Feld herfährt. Ich habe mir vorgestern, glaube ich war es sogar, nicht gestern, so einen Kakao bei der Tankstelle geholt. Schmeckt dir richtig gut. Also, wenn ihr mal bei der Aral seid, bei Aral Tankstellen, müsst ihr unbedingt mal einen Kakao probieren, falls sie es haben bei euch. Also, zumindest hier bei mir schmeckt er extrem gut. Aber er war leider extrem heiß. Und ich habe so drauf geschissen und habe mir trotzdem getrunken. Und jetzt tut mir immer noch die Zunge weh. Und das war vorgestern. Ich habe mich voll verbrannt. Naja. Drei Minuten Vorsprung haben die Ausreißer. Unser Team MTN Kubica versucht natürlich, dem Ganzen so ein bisschen Herr zu werden, der ganzen Lage hier. Wir fahren ein bisschen hinterher. Wollen natürlich diese Gruppe hier nicht zu weit wegkommen lassen. Und sie bestenfalls dann auch einholen. Drum habe ich jetzt auch gerade mit dem Einsatz ein bisschen erhöht, dass der Abstand wieder ein bisschen schmilzt. Vier Minuten sind es mittlerweile geworden. Die sollten jetzt langsam mal weggehen. Ja, jetzt sind es auch schon unter vier. Sehr gut. So, wir brauchen nochmal Flaschen. Grimmel macht das. Und dann sind wir auch mal gespannt, was wir hier im Sprint leisten können. Sprinter waren hier, glaube ich, nicht so die Guten dabei. Klar, van Stein, der hat immerhin auch schon Ziolek geschlagen. Bei, ähm, in Frankfurt, bei rund um den Finanzplatz. Ihr ändert euch mit Sicherheit noch. Und drum macht auch schon seine Mannschaft Topsport Flandern, so ein bisschen das Tempo. Auch LKT Brandenburg. Die wurden ja bei, rund um Köln war es nicht, sondern beim Berliner Grand Prix wurden die ja von uns geschlagen. Mit Andreas Stauf. Heute ist er nicht mit dabei, dafür ist Rick Gurgul mit dabei, der eigentlich vom Papier her eine stärkere sein sollte. Von daher also, naja, aber Brandenburg kämpft. Sie wollen natürlich den Sieg holen und haben mit, ähm, Stefan Schäfer einen dabei, der gut genug ist, hier auf Sieg zu fahren, bei den Sprintankünften. Wird spannend, diese Bayern-Rundfahrt, da bin ich mir ziemlich sicher. Und da das Feld ja auch so klein ist, hat das so was, so was familiäres beinahe schon. 81 Fahrer, das ist ja wirklich gar nichts. Da sind wir größere Felder gewohnt. Ich glaube, das letzte Mal, dass das Feld wirklich so klein war, das war bei der Malaysien-Rundfahrt. Könnte mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir nochmal so ein kleines Feld gehabt haben. Zwei Minuten Vorsprung haben die Ausreise noch. Team LKT Brandenburg voran. Jagen wir jetzt hier hinterher. Grimmel, der kann nicht mehr, der ist fällig. Und die Augen von unserer Mannschaft, jetzt natürlich ruhen sie auf, ähm, vielmehr, sind auf Rigol gerichtet. Ein Fahrer fällt zurück, das ist aber nicht von uns, das ist Egner. Rosal fällt zurück, Manfredi fällt zurück. Also jetzt müssen noch einige dem hohen Tempo Tribut zollen, das dem geschuldet ist, dass die Ausreise natürlich eingeholt werden sollen. Drei Fahrer, äh, drei Teams vielmehr, versuchen das Feld in Richtung Ausreiser aufschließen zu lassen. Nämlich einmal ist das Brandenburg, LKT Brandenburg, die Mannschaft Kolumbia und die Mannschaft Topspot Flandern, also die Teams von Stefan Schäfer, äh, von Michael van Steyn und natürlich auch von Leonardo Ducke, dem Kolumbianer, der früher für die Cofidis Mannschaft an den Start ging. Jetzt für Kolumbia unterwegs. Da ist auch schon Leonardo Ducke, gerade hat man ihn kurz sehen können. So, und was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir hängen uns mal mit Rigol über den Stefan Schäfer ran, der scheint ja heute sehr motiviert zu sein, so wie der hier schon loslegt. Chavanel ist auch mit vorne dabei, eine Minute ungefähr noch groß. Der Vorsprung dieser vier Ausreißer nicht täuschen lassen von dem Fünf-Kilometer-Banner. Wir haben jetzt scheinbar hier noch einen Rundkurs gegen Ende der Etappe. Es ist natürlich noch mehr zu fahren als vier Kilometer. Es sind 13 an der Zahl. Stefan Schäfer hier vorne, dahinter Trades, dann Rigol, drüben haben wir Leonardo Ducke und seinen Sprint Zug in Anführungsstrichen. Es sind hier nur zwei Fahrer. Davon an zuzusprechen, wäre ein bisschen vermessen eigentlich. Die Ausreißer, hier vorne sind sie schon mit Lucas Liz. Werden wahrscheinlich gleich eingeholt. Mich erinnert diese Zielankunft auch so ein bisschen an den Robry de Vitre, den wir damals mit Sparkly gewannen. So, wo ist Stefan Schäfer? Der ist hier hinten. Dann hängen wir uns doch gerade mal an Ducke ran. Komm, scheiß drauf. Acht Kilometer sind es noch. Wir suchen uns mal das Hinterrad von Leonardo Ducke. Oh, hier. Andriato, der Brasilianer. Auch ein starker Mann, der heute mit Sicherheit vorne mit reinhalten kann. Wo ist denn Van Stein? Warum hänge ich mich nicht an den? Hallo, Van Stein möchte ich gerne. Danke. Hängen wir uns mal an Van Stein ran? Na klar, der ist ja stark. Roger Kluge, der bullige Sprinter hier aus der IAM-Mannschaft. Und jetzt sind die Ausreißer also eingeholt. Jetzt sind die Ausreißer eingeholt und das Rennen beginnt sozusagen von vorne. Jay Thompson, der soll eigentlich Gerdemann beschützen. Gerdemann bleibt weit vorne mit dabei. Das finde ich gut. Jetzt also noch drei Kilometer. Van Bilsen zieht den Sprint an, genauso wie Chalapu für die Columbia-Mannschaft. Noch 1,9 Kilometer. Rechts kommt bereits schon Stefan Schäfer. Das ist natürlich reichlich früh. Und es geht hier ganz schön den Berg hinauf für so eine Sprinterkunft. Boah, das ist ja heftig hier. Und jetzt muss Rigolgu rauskommen. Jetzt muss Rigolgu rauskommen. Fatsdain ist gerade vorne. Rigolgu. Jetzt kommt Leonardo Duque mit seinem Antritt. Er ist ja auch ein guter Hügelfahrer. Leonardo Duque zieht jetzt den Sprint an und das ist ein genialer Antritt von Duque. Da hat niemand was zu bestellen. Leonardo Duque typiert die Konkurrenz und gewinnt die erste Etappe der Bayern-Rundfahrt. Grandioser Sieg von ihm. Rigolgu wird tatsächlich Zweiter. Schade, schade, schade. Das hätte ja Bayern noch den Sieg gegeben für uns. Die restlichen Platzierungen sehen wir uns jetzt natürlich in der Wiederholung an. Vielmehr in der Siegerehrung. Hier ist nochmal der Sprint von Leonardo Duque. Gleich müsste man ihn um die Ecke rauschen sehen. Da kommt er mit riesen Vorsprung und Siegerehrung. Leonardo Duque der Kolumbianer gewinnt voll. Josef Rigolgu dritter mit Stefan Schäfer vierter Kenneth van Bilsen fünfter Michael van Stein sechster Roger Kluge dann Tratius Voss Port und Lang in der Gesamtwertung führt damit auch der Kolumbianer Leonardo Duque vor Rigolgu und Schäfer vierte Liste fünfter Balini in der Sprintwertung ebenfalls vorne Leonardo Duque vor Rigolgu und Schäfer das ist wenig überraschend die Bergwertung führt Ganola an vor Balini und Liss war der Mannschaft aus der Bardiani Mannschaft der Fahrer und Josef Rigolgu ist im weißen Trikot des besten Nachwuchsfahrers nach dieser ersten Etappe das ist doch auch schön und in der Teamwertung sind wir auf Rang 3 die Mannschaft NetApp Endura führt diese Wertung an ja das war es auch schon von der ersten Etappe der Bayern-Rundfahrt Glückwunsch an Leonardo Duque und nochmal der Hinweis an Terror-IP so macht man das ja so macht man das okay das war es von der ersten Etappe schade dass wir nicht gewonnen haben wir schauen uns nochmal die nächsten an die zweite wird schon hügelig die dritte ist wieder flach die vierte ist an Zeitfahren die fünfte ist flach also wir haben hier noch genug Chancen auf eigene Rechnung zu fahren jetzt erstmal also die wenn man so möchte Königsetappe da heißt es natürlich mit Gerdemann alles versuchen gegen Port gegen Chavanel gegen Wiggins es wird nicht leicht aber wir werden alles geben und von dem her sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge vom Pro Cycling Manager bis dann abonniere